Mein Name ist Bruno Kümmerle. Ich bin der Gründer von BKW und Kyma und suche einen Nachfolger. Einen Nachfolger, dem ich mein Lebenswerk übergeben kann. Ich möchte Ihnen nun meine Firmen vorstellen. BKW und Kyma, zwei Marken, die sich in ihrem Bereich einen Namen gemacht haben. BKW in der Welt der Kälte und Kyma im Abradebau in der Späneentsorgung und Filtertechnik. BKW ist über 50 Jahre am Markt. Wir haben circa 100 Mitarbeiter hier am Standort in Walschlugen und in den Vertreitungen. Mehr als 4.000 Kunden kauften schon unsere Produkte und wir haben bereits über 200.000 Kühlsysteme verkauft. Wichtig ist für uns die Entwicklung und Forschung. Wir haben mit Hochschulen schon mehrere Projekte abgewickelt. Wir sind ein starkes Unternehmen. Kerngesund, krisenfest und mit sehr hohem Eigenkapital. Innovativ und erste Wahl bei vielen namhaften Industriebetrieben auf der ganzen Welt. Ich sage immer, wir sind der Spezialist unter den Spezialisten. Wir sind mehr eine Manufaktur als ein Massenhersteller und können auf die anspruchvollsten Wünsche unserer Kundschaft eingehen. Ich möchte mich nun aus dem aktiven Geschäft zurückziehen. Dies kann ich nur, wenn alles gut vorbereitet ist und ich weiß, dass meine Mitarbeiter in guten Händen sind. Mein Name ist Michael Walcker. Ich bin seit 38 Jahren im Unternehmen tätig und arbeite im Vertrieb. Hallo, ich bin Jonas Welte. Ich arbeite in der Konstruktion für BKW. Ich heiße Petra Brattl und bin seit 28 Jahren bei der Firma BKW Küma beschäftigt. Hallo, ich bin Alexander Binski. Ich bin seit 31 Jahren hier im Unternehmen tätig. Und jetzt suche ich Sie als neuen Geschäftsführer. Ihr Profil. Sie kommen aus unserer Branche, der Kälte- und Versorgungstechnik. Sie sind ein talentierter Koordinator und Entscheider und scheuen nicht die Verantwortung. Sie arbeiten in einer Führungsposition und haben daher das technische und triebswirtschaftliche Know-how. In der zweiten Führungsebene unterstützen Sie junge und engagierte Fachkräfte. Wichtig ist, dass BKW und Küma mehr ist als der nächste Karriereschritt. Mehr als eine Durchgangsstation. Da mein gesamtes Vermögen in die Bruno-Kümmerle-Stiftung fällt, sind Sie als Beirat, als Stellvertreter des Vorsitzenden eng eingebunden. Ich möchte, dass Sie mit meinen Mitarbeitern zusammen die Unternehmen in eine weitere gute Zukunft führen. Ich bin schon gespannt auf Ihre Bewerbung.